Was soll ich denn machen? Ja, okay, komm. Ich bin schneller wie du. Ah, ich bin runtergefallen. Papa, was ist das? Ich hab Angst. Schau aus wie der Agere. Sohn, komm zurück. Hilfe! Was soll ich jetzt machen? Ich bin's, Mutter Natur. Ich gebe dir ein Geschenk, dass du deinen Sohn retten kannst. Dankeschön. Hilfe! Sohn, ich bin hier, um dich zu retten. Papa, wir stützen ab.